hallo hat sie begonnen zu den letzten part von bad wars das ist wirklich der letzte fahrt und ich bin auch am aufnehmen ja 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 ich muss mal ja ich wollte sowieso aufgeben schon mit wendig ist schon mir zu gelangweilt und das hätte ich nun heute mein allerletzte part zu ende bringen und das ein neues machen nämlich zum beispiel rage mode ich habe schon die erste folge aber nur in videos das steht da in playlist drauf da könnte ich dann könnte gern da könnte gern gerne gerne auch mal kein heil reinschauen weiß nicht aber das ist egal ja ich würde aufgeben und ja da kommt er schon da kommt er ja genau da kommst du dass das das ist das spiel mit sich ich nur mit mit ja genau mit hand geschlagen also hacker ich verstehe ich nicht und deshalb die ganze zeit zwei stunden später kommt wieder ein typ mit die ganze zeit meine fresse man so wir sind jetzt so und jetzt geht es heute bei den scheißrunden aber dieses mal ich will lieber wieder alleine stehen weil ich will nicht wieder auch wieder letzte dreck stehen natürlich wenn jetzt irgendjemand ein typ kommt mich wie ein hacker wie behandelt dann kann ich nichts mehr leute mit hand schlagen kann es sich sein hey leute es darf doch nicht wahr sein wenn es so wäre dass ich nicht in diese scheiß ich bin nichts dafür ich habe es alles hier nur mit dem getan und und leute wenn ihr bock drauf habt wenn ihr noch bock drauf und bettlos könnt ihr vergessen ich werde nicht mehr machen das ist jetzt ist jetzt ganz sicher dass ich keine lust haben auf diese scheiß hacker zu sehen weil ich hier so viele schon bett was zocken und da machen sie ja heck herrgang und dann machen wir hier direkt schon mit zwei sekunden das ist nicht mehr nett das ist einfach das dümmste was bei gomme hd zu biedert es kommen einfach zu viel hacker ich dachte ich dachte es nie wenn sie sind so aber bei witch mode und so anderen ist normal nur paar hacker kommen aber auch sowieso das egal das ist einfach das dümmste die okay wie zum beispiel jetzt das war ein normaler der nix hatte und wenn ich jetzt die ok bitte 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 okay ja 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 lasst lasst mich in ruhe nein 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 das ist das ist doch typisch das ist so dass er wieder da leute meine fresse leute ich werde doch jetzt nicht hier zehn halben jahr leute ich werde hier echt durchdrehen wenn das jetzt noch zu klicken das ist doch ein scherz ich habe ich schnauze voll damit ich wirklich leute wenn es noch mehr hackern stehen dann gehe ich da gehe ich einfach dann gehe ich jetzt ist mir scheiße geil ob jetzt irgendjemand weiter ich versuche mein glück ich bin kein schlechter spieler aber solche spieler mit dem stecker keine chance ist so dumm macht das fertig wird diesen programm hacker gemacht und wer hätte hier die ganze scheiße hier ich gleich mit euren blöden ach so kann ich nicht sein kommt bitte ich habe keine lust dass ich schon wieder sterben muss bitte ich will nur bis bisschen nur mit euch spieler spaß haben und nicht so was ich habe diesmal ist was ich will diesmal jetzt das bett zu machen wenn irgendjemand kommt und mich schlägt dann ja jemand schlägt und zurück gibt es aber auch richtig auf dem fasse das ist doch ein scherz ich werde hier nicht mein leben hier genießen können und das kann und das aus ja werde ich jetzt komm komm bitte kein spieler soll jetzt kommen ja der blau geht geht das ist meine große chance leute wir mussten jetzt eine zartig und wenn kein tätig ist dann ich muss noch wolle bitte nein du bekommst keine wolle punkt steht ab wird sie was wird sie was ich du bist doch ein dumm kopf das ist doch nicht wahr dieser was ist mit den jetzt werde ich nein 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 das ist mein bett der ist mein bett nein nein du kommst nicht so du denkst wo du kannst mich glatt mir einen scheiß gehen aber das gibt nicht schnell bei ihnen ins bett hatte scheiße scheiße das ist ein witz ich wollte gerade eigentlich normalerweise wollte ich das eigentlich gar nicht warum schlägt er mich jetzt auch ich hatte kann man bitte jemand eine trasse geben ich werde das nicht mehr einnehmen ich bin ein ich bin ein ich bin ein ich bin ein micro was mache ich was spiel ich damit blödsinn hier jetzt haben wir ein stark du darfst blödsinn du darfst blödsinn ich werde schon mal merken das kann nicht sein ganz ganz ehrlich ich werde das nicht mehr einnehmen ich nehme jetzt einfach das ist mir vollkommen egal was die leute denken hauptsache wir sind noch an der stadt viele wurde mal gespielt aber das ging aber jetzt nicht schattet nein das ist da ist da nein 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 auf ich wusste zu da kommt er nicht rein du kriegst mich nicht nur es kann nicht sein man ist gegen h h h h h ist der moment mal ist man komm der wird eh sterben komm her das ist mir scheiße du kommst oder nicht er klettert jetzt nicht oben das ist ein witz hat es jetzt so und den leuten okay jetzt aber was jetzt so dies wie es anders niemals was jetzt alle was ich tun muss ist einfach zurück zu kämpfen hatte das stand du bist ein nach hause scheiße dass die war dieser geile sache da kommt noch kommen wenn es ist kommt jetzt irgendwann tüte mich hier schon wieder den zeit den hass ins eintritt aber ich lebe trotzdem noch das ist noch gut wo kann der erst aus nichts her ok was mich nicht in den scheiß geht ist dass wenn man nichts erklärt hatte so habe ich das immer so gemacht wow you kinder kindersprache kinder komm weißt es ja nicht in sein weiß wenn er mich nicht in den scheiß besorgt hat wenn er auf dem ausschsten kann ich muss jetzt zurück hier eigentlich habe ich gar nicht wieso sind wir nur noch ich nur zu dritt das ist ja das ist dämlich alberner blick jetzt habe ich schon wieder viel zum henker da ist ja ja nein es was die sind aber hat 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 mir gewesen bei schweine warte 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 hat das war ich behinderten arbeiten bis ananas niemals wo es jetzt was jetzt sollte wir werden jetzt wir werden hier dann auch du hast haha was ist denn wirklich nega klar hab ich irgendwie vom mann wenn du nur noch helfen das kann sein aber er weiß nicht aber er weiß nicht wo ich hier bin ich bin moment aber okay ah da ist er ja schon da ist er schon da ist er doch komm her fuck der fuck der shit nein wow er bekommt mehr schaden nein er hat sich die angst ne das ist ein scherz nein nein okay warte kurz mal das ist jetzt ein spannender kampf warte warte so würde ich gewinnen oder nicht warte na scheiße okay aber er wollte mich untergehen alt ist alte wenn ich den jetzt und wo ist denn oh nein ob er sie sagt wenn er jetzt in eine falle genommen hat dann ist es schon vorbei da ist er doch oben genau als er hatte der arschloch wirklich mehr merkt das ne kommt schubs mich wow 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 alter das ist der mega kampf ein mega kampf ne war 3 gut warte ist es gesagt wow schwar die 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 dad kann ich nicht sein kann ich sein das ist ja mein sieg für nichts kommen das ist jetzt ein fucking ernst duf und er fängt schon wieder an mich an zu scheiß das das ist kein schwieriger jetzt er ist wie weiter geht und weiter geht er ist doch jetzt nicht ernst das ist so ein richtiger dummkopf 44 40 gold und was ein schlechter mensch und ich wollte wissen quatschen das ist der land wenn ich jetzt gerade der land weit mich an der war bei mir unsichtbar da ist er verdammte scheiße warum fährt denn die unter nein du kommst dich mann hatte ich habe schatz kann man bitte Leute, ich treffe ihn hier ganz gut. Wow. Wow. Oh mein Gott, zweihalbherzen. Oh je. Oh, dieses Spiel. Wow, willkommen zurück. Bei besten Spielezeiten. Ich bin... Wow. Cool. Geilo. Ich muss jetzt... Nein, 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 nein. Nein. Alles klar. Ich sehe immer noch. Da ist er oben. Da ist er. Da ist er. Hä? Okay, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ey, das ist ein Witz, Leute. Das kann nicht sein. Er hat... Das hat ich... Okay. Mann. Okay, was ist das für eine Scheiße? Ey, Leute, nee. Nein. Nein. Äh. 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 Das. Ne. Nein, 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 nein. Tschüss. Wir sehen uns im neuen Projekt, also bis dann, tschau und... Fick dich, Herr Gama...